Rödental ist eine Stadt im oberfränkischen Landkreis Coburg mit rund 13.000 Einwohnern und liegt ca. 7 km nordöstlich von Coburg. Das Gemeindegebiet bedeckt eine Fläche von 49,96 Quadratkilometern. Geografie Rödental liegt in den Ausläufern des Thüringer Waldes und hat bereits einen deutlichen Mittelgebirgscharakter. Bis auf Rödungsflächen wird das Gebiet von ausgedehnten Laubwäldern geprägt. In den letzten Jahrhunderten wurden im Rahmen einer intensivierten Forstwirtschaft auch größere Fichten- und Kiefernpflanzungen angelegt. Die Siedlungsgebiete erstrecken sich zum Großteil an den Flussläufen von Itz und Röden. Die Gemeinde Rödental entstand als am 1. Januar 1971 Einberg, Kipfendorf, Mönchröden, Össlau, Rotenhof und Unterwohlsbach zusammengeschlossen worden. Danach ist Rödental in mehreren Schritten durch Eingemeindungen gewachsen. Nachbargemeinden sind im Uhrzeigersinn. Schalkau, Frankenblick, Neustadt bei Coburg, Ebersdorf, Coburg, Dörfles-Essbach und Lautertal. Das Klima Rödentals ist durch die Lage zwischen dem oberen Maintal im Süden und dem Thüringer Wald im Norden gekennzeichnet. Zusätzlich wird es durch die Tollage beeinflusst. Die Sommer sind verhältnismäßig warm. Milde Winter verhindert dagegen die Nähe zum Thüringer Wald. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei etwa 8,9 Grad Celsius. Die mittlere Tagestemperatur beträgt im Januar minus 1,4 Grad Celsius und im Juli 17,2 Grad Celsius. Im Mittel gibt es 5 heiße Tage, 36 Sommertage und 28 Eistage. Pro Jahr fallen relativ gleichmäßig über die Monate verteilt durchschnittlich 747 mm Niederschlag. Maxima gibt es im Juni mit 82 mm und im Dezember mit 73 mm. Niederschlag über 1,0 mm gibt es im Schnitt an jedem dritten Tag. Geschichte Rödenthal entstand am 1. Januar 1971 durch den Zusammenschluss von sechs Gemeinden im Rahmen der Bayerischen Gebietsreform. Einige Stadtteile können auf eine 850-jährige Geschichte zurückblicken. In den folgenden Jahrzehnten entstand das neue Zentrum Rödenthal Mitte mit diversen zentralen Einrichtungen der Großgemeinde. So wurden unter anderem 1972 ein Hallenbad, 1973 ein Feuerwehrhaus, 1977 ein Rathaus und 1978 die Franz-Göbel-Halle eingeweiht. Am 23. September 1988 erhielt Rödenthal die Stadtrechte. Liste der vorherigen Gemeinden Der abgegangene Ort Schafhausen lag auf der Gemarkung von Münchröden. Einwohnerentwicklung Anmerkung Die Einwohnerzahlen beziehen sich das Gemeindegebiet von 2011. Münchröden verdoppelte seine Einwohnerzahl im Zeitraum von 1950 bis 2010 von 2200 auf 4400. Politik Folgende Parteien sind seit 2014 im Stadtrat von Rödenthal vertreten. CSU 6 Sitze SPD 6 Sitze Freie Wähler 9 Sitze Grüne 3 Sitze Das Wappen der Stadt Rödenthal vereint die Wappen der drei Gemeinden Öslau, Münchröden und Einberg, die jetzt das Zentrum Rödenthal bilden. Im vorderen Feld stehen die drei roten Rosen auf silbernem Grund der Ritter von Rosenau, zu deren Besitz Öslau einst gehörte. Das Zentrere Feld zeigt den Krummstab auf goldenem Grund aus dem Wappen des Klosters Mönchröden. Der rote Wellenbalken symbolisiert den durch das Gebiet fließenden Fluss Röden. In der eingeschweiften blauen Spitze ist durch die drei silbernen Monde an die Herren von Hans Stein erinnert, in deren Besitz ein Berg war. Städtepartnerschaften Vereinigte Staaten Eton Ohio seit 1981 Deutschland Schalkau seit 1990 Kultur und Sehenswürdigkeiten Schloss Rosenau Die frühere Sommerresidenz der Coburger Herzöge wurde 1439 erstmals urkundlich erwähnt. Dort wurde Prinz Albert, der spätere Gemahl der britischen Königin Viktoria, geboren. Die Domäne Öslau 1162 erstmals urkundlich erwähnt liegt an der früheren Furt durch die Röden. Ihre Restaurierung erfolgte als bundesweites Pilotprojekt im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms. Die spätgotische St. Johanneskirche wurde 1517 erbaut und hat das einzige Zellengewölbe im Coburger Land. 1601 erfolgte unter Herzog Johann Casimir die Sturkierung von Decke, Kanzel und Emporen in Formen der Spätrenaissance. Queen Viktoria ließ ihre Hofkirche 1863 mit eigenen Mitteln gründlich renovieren. 1975 war die letzte Restaurierung. Burggraf Hermann von Meißen stiftete 1149 die Kasekunden-Benediktiner-Kloster Mönchröden. Der Froschgrundsee, ein 1986 Eingerichteter und von Franz Josef Strauß Eingeweihter. 23 Hektar großer Stausee dient der Hochwasserregulierung der Ibitz und ist ein Naherholungsgebiet. Eine Besonderheit des Froschgrundsees ist, dass er sich bis zur Deutschen Einheit bei Vollstau auch auf das Gebiet der DDR erstreckte. Die Talbrücke Froschgrundsee, eine 2010 fertiggestellte Stahlbetonbogenbrücke, überspannt den Hochwasserspeicher auf fast 800 Meter Länge und in 60 Meter Höhe. Sie ist wie die Grümpentalbrücke in Thüringen mit 270 Meter Bogenspannweite eine der beiden größten Brücken dieser Art in Deutschland. Sie gehört zur Eisenbahn-Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt. Die Lauterburg ist eine Burgruine im Stadtteil Oberwohlsbach. Der größte Sportverein ist die Sportgemeinschaft Rödental mit mehr als 1100 Mitgliedern. Museen Europäisches Museum für modernes Glas bei Schloss Rosenau. Heinrich Schaumberger Museum in Weißenbrunn vorm Wald. Wirtschaft und Infrastruktur. Das Zentrum ist überwiegend industriell geprägt, aber auch der Handel ist stark vertreten. Etwa 7000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gab es 2011 in der Stadt, die unter anderem in rund 140 Gewerbe- und Handwerksbetrieben sowie 170 Handelsgeschäften angesiedelt waren. Der Stadtteil Blumenroth hat sich in den letzten Jahren mit der Deponie des Müllzweckverbandes Wertstoffhof- und Sortieranlage, Kunststoffwiederaufbereitungsanlage und weiteren Betrieben zum Zentrum für Abfallwirtschaft in Westoberfranken entwickelt. Überregional bekannte Wirtschaftsunternehmen mit Sitz in Rödental sind die Porzellanfabrik Göbel, der börsennotierte Puppenhersteller Zapf Creation AG und das Elektrotechnikunternehmen Wöhner. Die Göbel Porzellanmanufaktur produziert inzwischen nicht mehr in Rödental. Die Herstellung der weltbekannten Hummelfiguren erfolgt durch die neu gegründete Gesellschaft Manufaktur Rödental, das 1857 errichtete Annawerk, das seit 1998 zur Saint-Gobel-Gruppe gehört, stellt feuerfeste Keramik und seit 2005 diese Rußpartikelfilter her. Dafür wurden ehemals stillgelegte Fabrikgebäude in Stand gesetzt. Saint-Gobel war im Jahr 2007 mit 720 Mitarbeitern größter Arbeitgeber der Stadt. Ein großer Arbeitgeber ist auch die K&S-Raumpflege-Service GmbH. Sie beschäftigte im Jahre 2009 über 600 Mitarbeiter. Der Neubau der A73 wurde am 31. Oktober 2006 bis zur Stadtgrenze von Rödental für den Verkehr freigegeben und sorgt zusammen mit der Bundesstraße 4, der neuen Umgehungsstraße in Richtung Neustadt, für bessere Verkehrsverhältnisse. Außerdem halten Züge in Rödental an drei Bahnhöfen in Össlau, Einberg und Mönchröden. 2005 wurde Rödental bekannt durch den Bau einer Eisenbahnbrücke, der Itztalbrücke, als Teil der Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt, die voraussichtlich bis Ende 2017 ungenutzt in der Landschaft stehen wird und daher von der Bevölkerung auch als Sodabrücke bezeichnet wird. Dialekt In Rödental wird itzgründisch gesprochen ein meinfränkischer Dialekt. Sonstiges Am 13. Oktober 2012 befuhr der ICET 2774 die Strecke der Werra-Bahn von Lichtenfels bis Rödental. Bei einem einstündigen Aufenthalt im Bahnhof Coburg wurde der ICE unter Anwesenheit von Stadt und DB-Prominenz auf den Namen Rödental getauft. Anschließend wurde der ICE im Bahnhof Rödental empfangen. Der ICET 29 bis 30 bonito ist... Kal 선� Byz 위 Gar in Vielen Dank.